Moin bei Kugelbahn.de und herzlich willkommen zu dieser Bahn, die gutes Timing erfordert. Vier Kugeln starten hier oben auf dem Turm und werden quasi durch die goldene Kugel mit dem Ballkicker ausgelöst. Das ist ein neues 3D-Druckteil, was ich nochmal gesondert vorstellen werde bei Gelegenheit. Und die rollen dann so durch die Bahn, dass sie in den Aufzug kommen mit Hilfe des Karussells und so getimt sind, dass jede Kugel einzeln durch die drei folgenden Hin- und Her-Elemente laufen, was allerdings nicht geklappt hat. Natürlich bei der Generalprobe ging es, aber hier bei den Aufnahmen dann nicht mehr. Hat immer an einer Stelle gescheitert und zwar bei dem Flip, wo die blaue Kugel einfach nicht ausgelöst hat. Keine Ahnung, warum gestern ging das. Und zu allem Überfluss ist auch noch eine goldene Kugel im Aufzug hängen geblieben, obwohl sie über einen Flextube da reinläuft und was natürlich die ganzen nachfolgenden Kugeln verzögert hat. Und der Einfachheit halber, zugegeben, habe ich dann den letzten Part mit den drei Kugeln, die noch durch den Lift zu laufen haben, nochmal manuell gestartet. Darum eben der kleine Schnitt. Und nichtsdestotrotz jetzt viel Spaß mit dieser Bahn. Bis zum nächsten Mal. HEX Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018